Auf Einladung von Adidas bin ich heute in wunderschönen Berlin unterwegs. Ich mache mich gleich auf den Weg zum Predator Berlin Event. Ich weiß noch nicht genau, was mich da erwartet, aber was ich weiß, ist, dass ich dort viele bekannte Fußball-YouTuber treffen werde und dass sich Adidas auch was Spannendes für uns überlegt hat. Also dranbleiben und viel Spaß beim Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.